Vogelgezwungen Glockenluft Aufpreten Aufhören diesem So Wir sind ein Hibes Sie sind einfach Suche mich mal hintenrum zu mogeln Nein, da kommst du gar nicht, da kommst du gar nicht lang, Mensch, ne? Sandy ist weg, so wie es aussieht Vorsicht Am Wasser unterwegs So, die Jury Gunner Brauchst du noch einen Gunner? Ah, gut Ist ja schon alles versetzt Ja, meine Stilze Der brennt Das gibt's ja gar nicht Merkst du nicht, das ist noch im Hügel? Die hole ich mir Die Ohnung unterwegs Na, da hinten reizt er Na, da rennen an Leitziegen beim Tropicpunkt Ich kriege mal Ja Ja Weg sein halt Na, läuft noch Irgendwann Infantil Down? Ja, ich hab's Down Einen Schuss hab' ich noch Einen Schuss hab' ich noch Einen Schuss Ein Schuss Über uns Ich hab's euch gesagt. Zu spät. Wenn du mal schießt von der Plattform noch mit runter. Das ist ein Rastorn. Das ist noch ein Lightning, der unser Schaden zu machen hat. Dann können wir Dark nicht wiederbeleben. Weil der Fahrer geht nicht. Ja, vielleicht noch ein Anzeige-Bug bei Nummer. Du hast ja keine Leiche, wenn du aus dem Fahrzeug ausgeballert wirst. Und jetzt? Genau, gibt's nur den Wegpunkt? Warten. Danke. Ah, die haben Sunrider den. Warte Neo, ich belebe dich. Nein. Okay. Hat noch jemand C4? Ja. So, alle die, die tot sind und alle anderen, bitte verlegen. Ist keiner tot, außer Pale Face. Ich schlafe nur. Wohin soll man liegen? Äh, verlinkt. Kurz hingelegt. Wir machen Geld extra. Wir machen Geld extra. Alle sind überhaupt Geld. Warte da. Warte da. Du dich jetzt noch. Ich bin da. Mich braucht ja nicht zu warten, ich bin hier gerade. Ja. Du hast irgendeinem random eingestiegen. Nee, das ist Ketchup Keks. Ah ne, doch nicht. Ich dachte erst. Der Ketchup Keks. Gehört zu Charlie aber. Bestimmt lecker. 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 Bitte bravo nicht hier rein. Nein. Ich kann dir nicht gehen. Weil es in dem gleichen Platon ist. Das tue ich. Ja. Das ist gar nicht alles. Ich glaube, ich habe auch. Du bist der Letzte. Ja. So, jetzt habe ich gerade genug Ressourcen gehabt. So, sind alle da. In der Galaxie. Hat einfach einen Platz, weil ich fahre nicht. Alpha Wolf auch bei uns drin. Genau. Aber dich könnte ich nicht rauskicken. Alpha Wolf. Ecke. Ah man, das ist Alpha. Ja, oder du kommst einfach, wenn wir rausgesprungen sind. Dann hältst du dich einfach auf Abruf sozusagen. Das müsste ja auch gehen. Ja, mein Qua. Aber es sieht schön aus. Nö, so. Wenn man dann in die Platonliste reinguckt. Überall Orif. Dann ein bisschen Renn. Oh, guck mal. Da unten rechts. Da ist voll die Gang unterwegs. Oh ja. Was ist da? Zeige, ganz viel vorzeige. Gucken wir uns mal an. Das ist ein Panzer-Rush. Die geben auch alles, ja. Oh. Das Problem ist schon, damit der Befehls-Chat nicht funktioniert. Das heißt, kein Fehl kann zusammen agieren. Und alle versucht. Ja. Und deswegen sieht das relativ schlecht aus, die Chancen. Weil irgendwie hat der Befehls-Chat hier gehackt. Achso, man ist im Spiel. Der geht wirklich schlecht. Ja, ja. Bei mir steht nur noch das Next Alarm in 0 Sekunden, 0 Minuten, 0 Stunden. Also, ich hab gar keine Alarm-Anzeige. Sag, schmeckt nicht die Galaxie weg. Doch. Nein, nein, ich warte auf dich. Keine Sorge. Ui. Denk dran, Sani. Und raus, was rauskommt. Oh, perfekt. Wollen wir den Sani noch wegnehmen oder uns? Wenn die Ingenieure geschützt sind wir dafür haben, oder Fanzernier oder irgendwas anderes, dann ja. Oder die Bulldog natürlich, wäre auch eine Möglichkeit. Wenn wir uns auf. Wenn wir da draußen bleiben. Können wir zwei Truppen? In den Laser rein. Bei euren Gruppenmitgliedern müsst ihr bleiben. Oder? Oder wir gehen alle in ein Haus. Alle in ein Haus. Es wird gleich die Party abgehen. Ja, warte mal, die müssten von der Richtung kommen. Ach, ich geige. K.O.TV hatte einer schon hier gehabt. Ich bin auf die Fäsche. Okay, Out wieder. PFS raus. Wir haben wieder geschossen. Ich... Ich guck gerade. Wir sind hier da drüben. So. Ich schien mit dem A. Ich benutze. Die schießen da rein. Ich kann das reparieren! Dann wird es nicht im Gas raus. Ich repare dich. Ich reingee. Skaier, das passt in dasaro. Da muss ich schießen. Ich schieß mal. Ich kann das reparieren! Ich kann das reparieren! Ich muss das reparieren! Na, da hinten. Ich muss das reparieren! Ich reparier dich! Ah, da kommen schon die ersten. So, Jungs, wir gehen alle in der Drustel hinten, weil von da aus können wir direkt hier zu A reinschießen. Welches Haus? Das heißt, wir können da oben, in der zweiten Etage, da wo normalerweise sonst überall A ist, können wir direkt da reinschießen, zum A. Jungs, habt ihr gehört? Alle zurück, wir gehen ins hintere Haus, keiner steht da vorne. In Griechstein? Das andere Haus. Also alle rüber. Hier sind aber zwei. Beim Tropfwegpunkt, in dem Haus gehen wir rein. Alle in der mittleren Etage sammeln. Jetzt schickst du uns wieder raus hier in die Hölle. Da sind zwei Heavys, drei Heavys. Nein! So, ich brauche Ingi hier. Sicherung. Na, super, ich bin tot. Hilfe, Hilfe! Ich bin tot. Wo bist du? Na, das ist noch relativ viel. Ich bin ins andere Haus gegangen, wie es gesagt wurde. Leute, wir brauchen hier ein paar Ingenieure unten, wir haben hier nur einen Ingenieur für drei. Ja, und die schmeißen die ganze Zeit EMP-Granaten, ich seh gleich. Jungs, nicht da unten stehen, kommt hier. Können wir ja in den Ruf bringen. Hört im Haus. Ey, hier Winix. Alle in der mittleren Etage. Von der Auskümmung wird durch ein Fenster zu A reinschießen. Oh, Granate. Alle mittleren Etage in den Haus. Ja. Ja, aber es ist noch jemand, der Winnie liegt hier oben, an der anderen Seite. Pass auf, Granate. Ja, wo, Jumbo? Ja. Sie kommen über den Balkon, Vorsicht. Versuchen zu spotten, zwei aufs Dach gehen sie mit der Leichte. Ich bin hier an der Treppe, warte, ich gebe die Schild. Los, belebt Jumbo wieder. Ja, alles ein bisschen schwierig, weil die stehen alle mit dem Raketenwerfer. Boah, ich spotte sie alle, wenn ich's kann. Ah, ich bin tot. Also ich komme, äh, ja, mich verhüßt. Da liegen alle so tot rum, braucht er einen Sunny, oder? Jetzt, ich brauche einen Sunny, aber zu spät, dann würde ich gefallen, ey. Nochmal Maxis ziehen, oder Heavy erstmal nehmen, die, die Maxis waren? Ich bin erstmal Heavy und Sunny. Also wirklich, da wegräumen alles. Weil, wer weiß, wie viele Ressourcen wir oben haben. Sandra? Okay. Ich bin nach dem Sandra gestorben. Ja, ich auch, aber ich belebe keiner wieder. Ein Harasser ist beim Puppet-Box auf der Straße. Ich steh' mir auf dem Dach. Oh ja, jetzt bin ich. Sag mal, es gibt Scheiße. Das war nix. Oh Gott. So, die schweren Angriffsenthältnisse können auf den Hervus erschießen. Der bewegt sich halt so, dass man ihn nicht richtig treffen kann. Wir sollten mal vielleicht als Trupp vorpushen und nicht immer jeder einzeln. Ein Tod rennt. Der hat die Zuholkiss. Leute, wir haben den Lied. So, und wir pushen erstmals in dem Haus da rein. So, hallo. Hi. Wir stehen schon links oben auf dem Fenzen. Alter. Oh, so, ich versuch mal jetzt vielleicht, ey. Draußen ist ja auch alles voll. Wir haben uns ganz schön in der Zange. Ja, die Scheiße ist, da kommen jetzt auch noch Flugzeuge. Na, okay. Na, nee. Hat keinen Sinn. Oh, was ist denn los, doch? Na, 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 na. Haben wir jetzt aber ganz schön, ja. Peinlich angestellt. Zwang 50-50-Kampf im Großen und Ganzen. Also, äh, auf den Weg zu verteidigen, das bringt nichts. Wir müssen, wenn schon, angreifen. Sonst nehmen sie uns radikal, das Esemeer weg. Problem ist, nur ohne andere Team können wir gerade nicht angreifen. Da war nach vorne, wir müssen eine Base verteidigen. Ja, wenn wir nur eine Fraktion angreifen und die Röhm-Taltoon ja schon den Rest alles oben machen. Nee, das Problem ist, lange wir keinen anderen Team haben, mit dem wir uns zusammen koordinieren können, mit einem anderen Platoon, kann man alleine keine Station hier angreifen. Siehst du, das schaffen wir nicht. Und zur Zeitpunkt funktioniert der Befehl schätzt, um mit anderen Tätern zu kommunizieren. So, Sanitäter und Schwerer hier. Also, ich bin Ingenieur für Munition. Keine Max-Einheiten. Nur Sanitäter und Schwerer. Entschuldige Lappen-Gamer. Kannst du nicht hören? Weiß ich, Granate? In dem Haus? Oh, shit. Geh rein da, Leute. So, die Rest des Feindes noch backeln. Dann ist es jetzt... Drausend schäten eine Spawnleuchte. Ach, Mann. War so schlecht. Oh. Hier ist ein Feind, hier ist ein Feind. Kaffee. Ja, aber die Partie ist weg. Ach, Mann. Also, ich kann Türe und Fenster fern. Jetzt klauten mir hier wieder die Kildze. Und, und, ja. Lass sie zu uns kommen. Oh Gott, ich stehe hier direkt beim Sanger. Leute, rennen am besten nicht alle da wild rum, sondern platziert euch irgendwo. Mit alle da genau, alle Richtungen von Scheißdreck, äh, nein, nicht Scheißdreck, von der Wand. Oh Gott, ey. Ich hab einen, äh, Sonny, Sonny markiert. Ach, ich bin stolz. Mann, danke. Jetzt hab's mit den vergebenen Befehl. Ich hab's mit den vergebenen Befehl. Wir sind Ihnen überlegen, lösen Sie auf. Kurz halten noch. So, da Crazy Chris liegt noch da ganz unten. Haltet euch mal die Fenster fern, die schießt einfach hier rein und ihr seid da. So wie eben alle. Ich guck, wie sie da befehlt sich noch ist. Ja, ach, warum? Einfach nur nicht dasselbe wie sonst, also dass du eine andere Taste da drücken musst. Ich bin noch kurz. Nein, nein, in der Funk sind wir gar keine in den Befehl, das ist ein Problem. Die anderen Teams schreiben schon Anführer-Chat, wieso kein Befehl-Chat funktioniert. Deswegen hab ich das auch letztendlich gehört nach dem Update. Great Event is on Hossin and in. Okay, draußen ist ein Sunray, der uns Unterstützung gibt. Ja, ich seh's scheinbar hauptsächlich von links zu kommen. Ja, die Max. Da wollte ich eigentlich grad vor die Rakete reinschießen, weil ich hab irgendwie ein Falsches getroffen. Fuck, man, auf Dirkstiefe. Da ist irgendwie... Ah, gut, danke. Ich bin ja da. Gucken, jetzt von rechts. Heute, wenn ihr da an der Traube habt, da am Eingang steht, die werfen ein C4 und ihr seid weg. Oh shit, der Bulldog. Und haben wir noch ne leichte Einheit oben auf dem Langturm? Ja, das gibt's doch keine. Das waren leichte. So, für alle, die die down sind, wir haben jetzt grad nur einen Platoon-Bepunkt. Also hier fahrt man auch mal überhaupt kein Kill. Das war zwölfmal verreckt. Bin ja einfach mit dem Messer rumgerannt, so hier. Alles weggeschnetzelt. Ja, auch. Viel Sinn. So, den Zander kriegen wir hier hoffentlich noch. Gebt der Zander noch? Die haben zumindest noch Leute da. Wenn ich das richtig gesehen hab, kommen die aus Richtung Südosten. Wieder mal gerade gucken. Ah, die haben halt ein paar Maxis sich jetzt gezogen, ne? Ich seh den Zander, der brennt. Ich schieße ihn grad nach dem Kille rein. Der Zander ist down. Warte, ja. Doch, der ist immer da. Und ist einer der Zander ist down. Der Bulldog, der nervt richtig. Also wollen wir die abfarmen oder wollen wir den Zander weg? Weg. Weg haben, wir haben die Zeit hier zu formen. Weg. Nehme ich mal kurz leicht und werfe Platz 4 drauf. Ich hab dir schon gesagt, dass der Zander hier nicht los ist. Ja, der ist los, oder? Moment, ich guck mal, der muss noch. Nein, der lebt noch. Der hat auch noch einen Verzüllen. Ähm. Ich kann die Heavys jetzt versuchen, ihre Bazookas draufzuziehen, damit ich mit dem C4 auch Schaden mache. Mach ich doch nicht. Er ist auch nicht, kann ich das tun. Ah, ey. Muss so mit dem Hacke. Ach, der ist halt schon wieder an. Das andere kommt. Also, der brennt jetzt. Also, ja. Alles klar. Oh, mal, wie tun wir 2 zu viel nichts. Das liebe ich doch. Und wieder die Station. So, jetzt ist es sauber. Ich bin mal ganz kurz oben. Ich bin mal sehr beschädigt. Zoom-Blick kommt aber nicht. User disconnected from your tunnel. Ich kann dich heilen. Ich wird wieder so gut wie neu sein. User left your channel. Okay, ich bring dich wieder in Ordnung. So. Wo müssen wir hin? Bis zum nächsten Mal.